Verdammt, wo bleibst du? Kann ich Ihnen helfen, Sir? Hast du Tinglao gesehen? Und, wo ist er? Ähm, ähm, kann ich hier... Kann ich hier auftreten? Nein, schade. Achso, ist eine Schiebe. Ja, klar. Will er mich verarschen? Tut mir leid, ich hab's nicht früher geschafft. Noch eine Minute und du hättest dich zu deiner eigenen Beerdigung verspätet. Es tut mir leid, Sir. Was ist das? Verschwinden wir von hier? Jo. Siehst du? Läuft doch alles wie am Schnürchen. Komm, jetzt schnappen wir uns die Overalls. Das hier oder... das hier? Mach doch mal! Hier war ich doch grad schon. Vito, Moment. Hier. Kleb dir das Ding an. Willst du mich verarschen? So erkennt uns keiner wieder. Los, tu's einfach. Na toll. Legen wir los. Oh, Alter. Was eine geile Verkleidung. Das ist der Wahnsinn. Sie? Wisch die Schweinerei weg, ihr Idioten. Ja, ist ja gut. Habt ihr Scheiße in den Ohren? Hier rüber, hab ich gesagt. Mach die Schweinerei weg, sonst bricht sich noch jemanden Hals. Na los, Bewegung. Hey, ihr beiden. Da oben wartet noch eine Menge Arbeiterfreund. Na, mach doch. War das Henry? Hey, Richie. Komm mit. Ich glaube, ja. Schwein gehabt, das war Henry. Ja. Okay, verschwinden wir, bevor er zurückkommt. Okay. Mhm. 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 Okay. Geh zum Konferenzraum. Kriegen wir hin. Ich will fragen, was das ist oder wie es da hingekommen ist. Wisch das einfach. Es wird gleich ein wichtiges Treffen statt. Und der Boss wird stinksauer, wenn nicht alles blitzblank ist. Ja, ja. Ich hab euch kostenlos einen guten Rat. Wisch das alles blitzblank. Verpisst euch dann wieder. War das ein Ja? Die zwei sind hier, um die Unordnung zu beseitigen. Na, dann komm mit, ihr zwei. Oh, Mann. Ich hör das sofort. Kacken. Oh, Mann. Der ist gestolpert und hingefallen. Der Arme ist mit dem Kopf aufgeschlagen, ungefähr fünf, sechs Mal. Oh. Jetzt ist alles voller Blut. Und bald soll die Konferenz beginnen. Also, Jungs, wisch diese Sauerei auf. Und zwar flott. Ja, ja. Wer kennt es nicht? Wer kennt es nicht, wenn man... ...außer sie fünf, sechs Mal mit dem Kopf... ...aufschlägt. Der Fluch der Wichser. Immer mit der Ruhe. Gleich sind wir sie los. Ja. Hilf mir mal. Was machst du da? Das ist... Scheiße. Hä? Verdammt. Der gelbe... ...plus zu plus... ...der rote zu minuspol. Alter, leg das doch unter dem Teppich her. Ist das vielleicht ne Fummelei? Perfekt. Okay. Den kniffligsten Teil haben wir schon mal. Ja. Ey, ich wär dafür, dass wir jetzt... ...genau, noch sauber machen. So. Hoffentlich läuft das alles reibungslos. Du hast meinen Fleck übersehen. Was hab ich? Ist hier vielleicht noch irgendwas? Dann verschwindet jetzt. Ja, gleich. Lass mich doch mal gucken hier. Vielleicht... Vielleicht gibt's hier irgendwas Schönes. Irgendwas. Oder auch nicht. Und es fällt doch überhaupt nicht auf, wenn hier ein Loch im Fenster ist, oder? Obwohl hier nicht mal ein Loch im Fenster ist. Wow. Was gibt's hier? Wow. Naja. Na schön, na schön. Einen hab ich noch. Ein Kerl läuft die Straße runter und stößt mit einer Nutte zusammen. Sie? Hallo, mein Süßer. Ich mach alles, was du willst. Alles, was du dir hier erträumt hast. Schnell, 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 schnell. Alter. Okay. Hä? Hä? Ähm. Hä? Ah, das Treppenhaus. Okay. Moin. Muss ich jetzt... Kann ich nicht mit dem Fahrstuhl? Ich muss... Ich muss die Treppe nehmen, okay. Gut, ich schätze einmal ganz nach oben. Wie das so Hausdächer haben. An sich haben. Für sich haben. Die sind halt immer oben, ne? So, warte mal. Ich hab was vergessen. Hier. Für dich. Falls was schief läuft. Sehr hübsch. Das ist was Besonderes. 1911er Kohl mit modifizierten Magazinen. Hast du das Ding hier? 23 Schuss. Kugelhagel ist gar kein Ausdruck. Verliere sie nicht. Davon gibt's nur zwei auf der ganzen Welt. Danke. Schon gut. Los jetzt. zur Fensterputzerplattform. Okay. Habt ihr ein Problem? Was gibt's denn da zu kratzen? Mach den Abgang, sonst komm ich ruhig und geht euch was aufs Maul. Clementi smelt. Schnell. Wir müssen hier weg. Das wird ein ganz grüner. Den musst du dir anschauen. Oh man. Und jetzt? Also müssen wir doch. Müssen wir jetzt. Hey. Was zum Henker wollt ihr hier? Verzieht euch. Okay. Oh das war anscheinend nicht so gut. Okay Vito. Was geht los? Oh das war anscheinend nicht so gut. Geht mir Fickung Vito. Geht mir Fickung Vito. Hm. Das ist alles? Hahaha. Dann brüht dir was. Äh. Dann brüht dir was. Los jetzt. Zack Zack. Zack Zack. Das waren doch gerade eben nur zwei? Nein. Okay. Es ist vorbei. Das sehe ich aber anders. Weiter so Vito. Ah. Scheiß Controller. Aber. Das gibt es nicht. So. Hier war der irgendwo ne? Jawoll. Geht mir Fickung Vito. Geht mir Fickung Vito. Das ist alles? Hahaha. So und von da müsste jetzt auch noch. Okay. Ha. Entschuldigung. Hoffentlich sieht das kein Tierschützer. So. Wo muss ich denn? Klar. Na klar. Bin wieder da. Das ist alles? Hahaha. Dann brüht dir was. Geht mir Deckung Vito. Klar. Meine Munition ist bald alle. Hm. Meine auch. Scheiße. Ich möchte dich nicht zum Feind haben. Lass dir was einfallen. Geheil dich. Wo ist er? Vorsicht. Da sind vielleicht noch mehr von der Sorte. Da. Das will ich doch schwer hoffen. Geht mir Deckung. Äh. Du bist mausetot. Ist klar bei euch. Ich geb dir Deckung. Das ist alles? Haha. Dann brüht ihr was. Mhm. Gibt's hier irgendwie Mut? Gibt's hier irgendwie Mut? Alles klar. So. Hier gibt's nichts. Also wahrscheinlich dahinten. Ach da ist auch die Fensterputzplattform. Mein Gott. Was? Gib mir Deckung. Ich bin wieder da. Oh komm. Da ist er. so sehr schön und das nehmen wir mal mit so ey geht er weg ich will doch gucken warum holt ihr mich hoch ich bin mit der etage noch nicht oh scheiße oh Gott nicht schießen ich tue alles was ihr wollt die Hände auf den Rücken wir tun dir nichts oh Gott hier ist Klebeband fessel ihn okay das ist schlau alle anderen hat's erwischt alle anderen hat's erwischt tja armes Würstchen okay rauf mit dir ja da liegt noch ein Heft aber ja weißt du was nehmen wir mit wird wieder so ein bisschen Amateur hat verpixelt naja so runter ich habe ein sehr schlechtes Gefühl habe ich das schon erwähnt hey wie viel Draht hast du genug und wie viel ist genug reicht er bis zum Dach nein ein oder zwei Etagen hoch mehr brauchst du nicht ich habe das Gefühl im Fenster ist besseres Wetter ganz schlau was ist du hast einen Schatten was wenn uns die Explosion auch erwischt wird sie nicht wir kriegen kaum was davon mit das will ich hoffen wenn's uns hier runterhaut liegen wir als Matsch auf der Straße ähm was was ähm okay 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 das ist das richtige Stockwerk Vito schnapp dir den Wischer und fang an die Fenster zu putzen damit wir nicht auffallen ich verbinde die Drähte la 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 muss ich das nicht vorher nass machen wäre das nicht besser okay geschafft jetzt fahren sie ein Stockwerk hoch mach dein Testament Clementi ah das geht ja wie geschmiert na also ja wenn's so einfach wäre es ist nie so einfach diese Arschlöcher merken nie oh Scheiße Mann was zum Teufel war das keine Ahnung das Ding ist zu früh hochgegangen gemütlich zusehen ja ist ja gut sehen wir mal nach äh scheiße wieso höre ich dir überhaupt noch zu manchmal benimmst du dich echt wie Hirnamputiert ja gut verdammt was war das ich hätte fast auf meine neuen Schuhe gepissen was für ne Sauerei war das ein Erdbeben was zum Teufel oh scheiße der Wichser lebt er hat aber Glück gehabt ihr Arschlöcher ich fahrt scheiße bitte Clementi darf nicht entkommen ach Leute fuck das gibt's nicht ja das Problem ist ich weiß nie hat aber nicht ganz gereicht los jetzt wann hier wirklich gespeichert wird wer diese scheiß ich hab nichts getan nein du bist mausetot komm schon los jetzt los zeig dich wer diese scheiß Speichersymbol die ganze Zeit da ist wer sagt das achso aber da hinten ist noch einer da ist doch noch einer kannst du mir doch nicht erzählen oder ist der oben achso ist der warte mal ist das der alter dieses spiel gut wir nehmen die andere Tür wir rüsten einmal kurz auf unglaublich ja wow ich dachte es regnet klug scheiße ich kann vor lauter Wasser nichts mehr sehen los jetzt zack zack ich hab auch mehr Glück als verstanden komm schon ihr Arschlöcher ich warte auf euch drei zwei hey was ist denn hier schwör ab Lady gegen dich haben wir nichts Joe ach Spiel alter bring nächstes mal ne größere Bombe mit ey verdammte Scheiße wohin sollte ich wissen dass Clementi in dem Moment zum Pissen geht tja wer die Bombe früher hochgegangen hätt's ihn erwischt keine Sorge wir kriegen ihn wo fahren wir jetzt hin runter ne ja klar runter stehen noch Zahlen drauf hol dir das Arsch auf dem Steg aus dem Steg Deckung Gita du schießt wie meine Schwester ach da so pass auf da oben gib mir Deckung du bist mause tot so was haben wir hier dann mal wieder so eins sensiert wir müssen Marty helfen mann du schießt ja geschwissen hä alter Jowin wundert das wenn du einfach rein rennst Pille mann eins zwei das gibt es nicht ach beweg deinen Arsch Vito wir müssen Marty helfen ach so ja gut scheiße sie haben ihn erschossen er ist tot Vito Joe Joe ganz stark du kannst nichts mehr für ihn tun schnappen wir uns Clementi fahr los scheiße kein gutes Gefühl und ich habe das Gefühl dass diese Folge länger gehen wird ihr meint das wahr ist Irrtum ihr Wichser es sind zwei Arsch wenn sie sich trennt holst du auf jeden Fall Clement und nicht den anderen Kern überlass das mir halt du deine Klarre bereit was denn sonst bleib du an Clementi er ist in der schwarzen Limousine ich hab selber Augen im Kopf hast du Schiss nein 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 das läuft ja super scheiße ich versuch's ja äh warum müssen wir auch mit dieser behinderten Karre fahren alter ist einfach nur ein Schiff schneller schneller geht nicht komm schon einen hätten wir der nächste ist genau was zu geh weg alter was passiert hier oh Leute oh oh das war gut das ging besser als erwartet der ist hinüber davon überzeuge ich mich persönlich ähm es ist eine offene Straße ist Leute das ist für Marty jetzt ist er hinüber fahren wir zu mir okay ich hab das Gefühl dass wir wegen sowas wieder im Knast landen könnten das wäre nicht gut willst du ein Bier was für eine Scheiße hä gib mir Eddies Nummer ich ruf ihn an hallo hier ist Joe alles erledigt alles abgegangen nein leider nicht wieso Marty ist tot was sie haben ihn erwischt wir mussten ihn dort lassen okay was ist mit Clemente tot sehr gut und der Junge blöd gelaufen Bauernopfer was Bauernopfer das ist mein Freund von dem du da redest verdammt nochmal Joe sagte es war deine Idee und keiner hat den Jungen gezwungen mitzumachen tut mir leid aber sowas kommt vor hol dir morgen im Schatten dein Geld ab ja von mir aus dem ist das scheißegal Joe jetzt krieg dich mal wieder ein und schalten den Gang runter mir tut es auch leid mehr als du denkst das war es Kant ach ja hey das war ein gefährlicher Job du hast ihn mitgenommen ihn hat's erwischt glaubst du im Krieg was anders Eddie kann nichts dafür er kannte den Jungen nicht mal ich will den Scheiß jetzt nicht hören lass mich allein ich zieh mich nur schnell um okay tut mir leid es tut mir so leid mein Junge scheiße gut wir sind umgezogen mit diesem emotionalen Desaster würde ich sagen beende ich die Folge vielen 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 Dank dass ihr zugeschaut habt und bis zum nächsten Mal macht's gut ciao